so fast haben wir vergessen das ganze hier aufzunehmen wir sind jetzt zur atomischen kacke da gelaufen jetzt haben wir erwählte apothekerin gleich die hiermit eine neue kraft was ist denn jetzt kersi hat die spezialfertigkeit drastische maßnahmen gelernt was also spezialfertigkeit für einen starken abschneiden auf einigen aus der alle seine negativen und schwächeneffekte aufhebt je mehr effekte du aufnimmst desto stärker wird der angriff das ist so ganz unverstanden schon aber aha ich laufe möchte ich auch Station Rio Nee Nicht ein Porn Kürgelfall Kürgelfall Sessel Was sind denn diese Deals eigentlich gerade? Kein neues Geschäft. Auch da ist ein neues Geschäft, auch da, oh mein Gott ey. Mal, 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 mal. Beka Petitio 18, Stu 14, Agnea ist da unten, 14. Cario 15, Agnea 14, neues Geschäft da unten. Was kann ich eigentlich machen? Na, Truppopo. Ja, ne? Ich höre mal, was das für ein Geschäft darstellen soll. Ich hab das nicht. Oh, das ist so wichtig. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Nun, dann. Ich gehe jetzt einen Moment um. Ich habe noch einen Schwer. Ich muss das. Ich habe das, was du bist. das ist ein spannender dude ich habe auch schmerzen habe ich ab und zu mal das tut sehr weh ich habe einen vorteil ja aber das ist das ist das ist Oh, da gibt es die Bedeutung. Du bist meine nächste Frage? Nein, dann. Und all people are broken. Nice one, Oswald! Come on, then! Du bist! Fine. My turn. Heavy-footed? My turn. Huh? My journey will not hurt you. Ready? Haha! Curses! This wasn't in my calculations. Huh? No! I need a player. Indulge me there. What to do? What to do? Huh? Yah! What to do? Here we go! Come on, then! Thinking time. Indulge me, bro. You never fail to impress, Oswald. What a boy. You must clear your mind. I don't need a player. I need a player. What a guy! To theích. Forgive me! Yup! Hit me there. Oh! Hey Leute, ist mir ein bisschen zu viel. Ich werde wieder müde. Das geht so nicht.